Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Heute ist es ein schönes Wetter, um zu verböten und den Tag wie heute ist heute. Ich wünsche euch beim heutigen Vlog viel Spaß! Wir sind jetzt gerade beim Outlet angekommen, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen. Und hier hins 슬ber, zwei, drei, vier, fünf und zwei, drei, vier, 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 vier. My evidence you once really cared I'm reaching for a hand to pull me off One open to an everlasting love Exhale, the past Inhale, the future that lasts Change my heart, change my mind For the last time Wanna believe in your life I've led I don't wanna leave another word I've said You know my heart will follow you in tomorrow So we sind jetzt gerade in der Vorgarage angekommen und gehen jetzt auf die Schwestern So herzlich willkommen am zweiten Tag Heute ist ja ein bisschen schöner Wetter und darum gehen wir jetzt böteln Ich wünsche mir dabei viel Spass So in diesem Fach da rein haben wir noch ein Engelwetter verstaut weil wir die Engelwetter fischen können Und da rein haben wir noch eine Kühltruhe um den Fisch rein zu tun Hier ist noch das Cockpit Hier haben wir unser GPS Geschwindigkeit Das Boot fährt etwa 40 Meilen pro Stunde Ja, das ist eigentlich das Boot Ja Und jetzt packen wir alles Du musst packen also musst boken Jetzt sind wir gerade zurückgekommen vom Bötle und jetzt haben alle im Bären Hunger und jetzt gehen wir in die Panda Express etwas essen. Das ist eine Unterschiede. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020